Das eine Mal als du den da getötet hast, da hab ich den dir auch nur in die Hände gefeilt. Ne, keine Ahnung, der hat ja wahrscheinlich Glück gehabt einfach in der ersten Runde. Ach, das Leben von Patrick, ey. Ego, ich musste grad dran denken, ne? Wie, wie du dieses... Und dann sagst, du machst das einmal, dann hast du keine Reaktion bekommen. Das heißt, mach da genau das gleiche, normal, nur lauter. Ja, dreimal lauter. Wie laut du gelacht hast, Alter.